Maler hat eine unglaubliche Entwicklung genommen. Maler strahlt eine extreme Ruhe auf dem Platz aus. Außerhalb des Platzes ist eine sehr smarte Persönlichkeit. Wir sind sehr davon überzeugt, dass sie ihren Weg macht. Ich bin sehr glücklich und sehr stolz auf eine Vertragsverlängerung und ich habe Lust auf die nächsten Jahre hier. So, perfekt. Sie kam ja auch sehr jung zum FC Bayern und hat sich jetzt in den letzten Jahren einfach sehr stark entwickelt. Gerade jetzt speziell auch im letzten Jahr, wo sie sehr stark aus der Vorbereitung gekommen ist und sich ihren Platz auch dort erkämpft hat. Ich wusste schon, dass einfach ein langer, langer Weg vor mir liegt und mit viel harter Arbeit und ich habe versucht, die jeden Tag anzugehen. Dass es am Endeffekt dann ja sich so auszahlt und alles so funktioniert, hätte ich auf jeden Fall nicht gedacht oder mir, wenn er träumt. Und deswegen bin ich umso glücklicher damit. Sie ist wirklich eine Torhüterin mit vielen, vielen Qualitäten, ist aber immer noch auch in der Entwicklung drin und steckt sie drin. Sie ist auch noch eine sehr junge Torhüterin. Wir sind schon überzeugt, dass sie diesen Weg auch gehen kann hier beim FC Bayern München. Ich habe mich einfach vom ersten Tag an hier sehr wohl gefühlt, in der Stadt, im Team und auch im Verein. Und ja, ich bin auch sehr stolz auf meinen Weg, den ich bisher hier gegangen bin und habe sehr viel Lust mit dem Team diesen Weg weiter zu gehen und war dann auch sehr, sehr dankbar, dass ich das Angebot bekommen habe. Bis zum nächsten Mal.